Ciao zusammen, ich bin Kelly, ich komme aus Schöpfen und ich würde gerne mal bei einem Lastwagen dabei sein, wenn sie so ein Festival vorbereiten oder solche Dinge machen. Ich finde das cool, ich war noch nie an einem Festival und das würde ich gerne mal machen. Bitte stimme von mir.